... So eine Haufe Wildkatzen heute Abend. Hat jemand den Kevin gesehen? Kevin zu US. Ah nein, er ist ja da. Gut, wunderbar. Fragen Sie mal, wie es gelaufen ist. Gut, das war der zweite Teil. Ganz ein Haufen junge Leute, motivierte Leiter. Zuerst haben ihr gesehen, Papagei auf dem Stengeli. Das war die kleine Gerätträger. Geleitet hat das Thomas Ruesch, Delke Linkström und Elena Koller und Adreina Thomas. Danke vielmals. Gut, dann haben wir gesehen, die grosse Mädchen mit Popcorn mal anders. Da hat es übrigens noch Popcorn auf den Tisch, oder sind die alle weg gewesen? Die Jungen hatten Hunger gehabt. Gut, da hat es zum Fall noch ein bisschen. Die grosse Mädchen, Popcorn mal anders. Geleitet hat das Corinna Zeller und Bettina Eckeberger. Bravo, die zwei. Gut, dann die grosse Jungen mit Zirkus, Zirkus, Adrian Keller und Marcel Zeller. Bravo. Und zum Schluss die grosse Gerätträger mit den Haufen Raubkatzen im Gehege der Raubkatzen. Geleitet hat das Ruedi Manser, Sandra Keller und Pirmin Rechsteiner. Bravo. Liebes Publikum, wir würden jetzt 30 Minuten Pause machen. Für euch besteht nochmal die Möglichkeit, für das Essen ein Bord auszufüllen, für den Schluss von der Vorstellung. Ich wünsche euch ganz einen guten und erklärenden Losverkauf als eröffnet. Danke vielmals und einen guten.